Protest radikal gegen die soeben beschlossene Homo-Ehe. Was sich da gestern Nacht in Paris entlud, passt nicht zum Bild von Frankreich als libertinärer Nation, als Wiege der Aufklärung. Von Liberté, Egalité, Fraternité keine Spur. Diese Revolution ist rückwärts gewandt und sie dauert schon Monate an. Doch warum? Wovor haben sie Angst, die Demonstranten? Inwieweit bedroht die rechtliche Gleichstellung Homosexueller in Sachen Ehe und Adoption das Leben heterosexueller Familien? Woher kommt diese Wut? Rationale Erklärungen fallen schwer. Klar ist, wenn Homosexuelle heiraten und adoptieren dürfen, werden deshalb nicht mehr heterosexuelle Ehen geschieden. Auch der Geburtenrückgang hat andere Ursachen. Und die Angst vor einem biblischen Sodom und Gomorra, vor einer homosexuellen Epidemie, führt zu der Frage, wie unsicher ist sich die heterosexuelle Mehrheit ihrer eigenen Sexualität? Die meisten scheinen sich ihrer Orientierung jedenfalls so sicher, dass sie sich nicht bedroht fühlen vom Anderen. Knapp 60% der Franzosen sind für die Gleichstellung. Der Massenprotest steht also eigentlich im Widerspruch zur längst gelebten gesellschaftlichen Realität. Doch was als exotische und interessante Randgruppe akzeptiert ist, soll gefälligst besonders bleiben. Der Kulturkampf entzündet sich am heiligen Gral von Ehe und Familie. Der letzten Bastion von Konservativen und Kirchen. In Zeiten von Globalisierung und Armutsängsten, aber auch letzter Hort von Sicherheit für eine breite bürgerliche Mittelschicht. Diese Sicherheit geht mehr und mehr verloren. Jede zweite Ehe in Frankreich wird geschieden. Patchwork-Familien und Alleinerziehende sind Normalität. Viele trauern alten Werten hinterher. Doch gegen Scheidungen kann man nicht auf die Straße gehen, gegen die Homo-Ehe, also die Neudefinition des Familienbegriffs, schon. Diese Frage spaltet die Franzosen mehr als die katholischen Spanier, bei denen die Gleichstellung längst eingeführt ist. In Frankreich wird die Reform des Sozialisten François Hollande von der Opposition populistisch instrumentalisiert. Die Folge? Heftige Diskussionen in der Nationalversammlung. Proteste und Gegenproteste auf den Straßen. Dabei demonstrieren nicht nur katholisch geprägte Bürgerliche und die Rechtsradikalen der Front National. Die selbsternannte Ikone des Protests ist die libertinäre Komikerin Frigide Bergeau. Mit ihrer Demo für alle schafft sie es, Hunderttausende zu mobilisieren. Eigentlich ist sie für die Rechte von Minderheiten, doch in dieser Sache plötzlich ganz konservativ. Die Homo-Ehe sei schlicht wieder natürlich. Die Radikalisierung der Fronten hat ein Klima der Aggression geschaffen. Jetzt hat die Opposition Verfassungsklage eingereicht und die Revolution auf der Straße wird immer mächtiger.